Im Alter von 70 nach 10-jährigem Krebskampf, Föna Stefan ist tot. Die Schriftstellerin und Feministin Föna Stefan ist tot. Die Schweizer Autorin, die im Jahr 1975 mit Häutungen ein Kultbuch der neuen Frauenbewegung geschrieben hat, starb am Mittwoch in ihrer Wahlheimat Montreal. Das teilte ihr Verlag Nagel und Kimche mit. Stefan wurde 70 Jahre alt. Bereits seit etwa zehn Jahren war bekannt, dass die Autorin krebskrank war. Den Umgang mit der Krankheit verarbeitete Föna Stefan in ihrem Roman Fremdschläfer, der von einer Frau handelt, die nach ihrer Übersedlung nach Kanada einen Tumor entdeckt, einen Fremdschläfer. Das sprachlich-virtuose Werk erhielt sie 2008 den Schillerpreis der Solothurner Literaturtage. Ihr letztes Werk zuletzt erschien 2014 im Verlag Nagel und Kimche Stefans Roman Die Befragung der Zeit, in dem sie die Geschichte ihrer Familie und somit ihre eigene aufreute. Stefans Großvater Julius Brunner war ein Landarzt, der in den 1940er Jahren Frauen illegal zu Abtreibungen verhalf und dadurch in die Mühlen der Berner Justiz geriet. Die Bibel der Frauenbewegung Die Autorin, Tochter eines Deutschen und einer Schweizerin, kam 1947 in Bern zur Welt und wuchs bei ihren Großhiltern auf. Nach dem Schulabschluss zog sie nach Berlin, wo sie zu den Gründerinnen der feministischen Gruppe Brot und Rosen gehörte. Das 1975 veröffentlichte Werk Häutungen erlangte Kultstatus innerhalb der Frauenbewegung. Der Roman mit autobiografischen Zügen wird oft auch als Bibel der Frauenbewegung bezeichnet und ist der erste deutschsprachige literarische Text einer Feministin der 70er Jahre. Die Autorin analysiert darin heterosexuelle Herrschaftsverhältnisse und beschreibt die Entdeckung der eigenen Sexualität. Für Häutungen, der in acht Sprachen übersetzt worden war, wurde Stefan mehrfach ausgezeichnet. Nach 30 Jahren in Deutschland wanderte Stefan um das Jahr 2000 herum nach Montreal aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017